Dunkler, geheimnisvoller, kalter Weltraum. Kometen, Asteroiden, Planeten, Sterne. Und etwas, das weit hinter Pluto lauert. Ja, das könnte der neunte Planet unseres Sonnensystems sein. Wir suchen seit Jahrzehnten nach ihm. IRAs, der Infrared Astronomical Satellite, hat 1983 interessante Daten gesammelt. Sie könnten der Beweis sein, dass Planet 9 sich dort verbirgt. Niemand weiß, ob er wirklich existiert. Aber diese Entdeckung ermöglichte, ein Modell für diesen potenziellen Planeten zu erstellen. 2016 fanden Wissenschaftler heraus, dass ein paar kleinere Objekte im Kuipergürtel sich seltsam bewegten. Der Kuipergürtel ist die äußerste Grenze unseres Sonnensystems. Es ist ein Ring wie ein Donut aus den Resten der Entstehung unseres Sonnensystems. Dieser Donut befindet sich hinter Neptun. Die Objekte in dieser Region des Weltraums haben seltsame Umlaufbahnen, als würde ein großer Körper mit einer starken Gravitation sie beeinflussen. Klopf, klopf, Planet 9? Der Theorie zufolge ist er 5 bis 10 Mal so schwer wie unser Planet und bis zu 20 Mal weiter entfernt als Neptun. Eine astronomische Einheit entspricht der Distanz zwischen Sonne und Erde. Pluto ist etwa 40 astronomische Einheiten von der Sonne entfernt. Planet 9 jedoch, falls er existiert, wäre 400 bis 800 astronomische Einheiten weit weg. Er bräuchte 10.000 bis 20.000 Erdjahre für einen Umlauf um die Sonne. Das macht es uns nur noch schwerer, ihn zu erwischen. Gemäß einer Theorie ist Planet 9 zwischen Jupiter und Neptun entstanden, ähnlich wie die übrigen Gasriesen unseres Sonnensystems. Die Gravitationskraft eines dieser mächtigen Planeten hat ihn vermutlich aus seiner Umlaufbahn geschubst. Oh nein. Planet 9 könnte weit von den übrigen Planeten weggeflogen sein und als eiskalter kleiner Brocken begonnen haben. Doch mit der Zeit räumte Planet 9 die gefrorenen Gesteinsbrocken und Staub aus seiner Umlaufbahn und bildete einen richtigen Planeten. Eine andere Theorie postuliert, er wäre ein Planet, der einem vorbeiziehenden Stern verloren gegangen ist. Jedenfalls scheint Planet 9 kaum Sonnenlicht zu reflektieren, weil er einfach zu weit weg ist. Und die Astronomen wissen nicht genau, wohin sie schauen sollen. Der Weltraum ist finster, geheimnisvoll und endlos. Offensichtlich. Doch wenn wir Planet 9 finden, wird er der erste stechende Beweis sein, dass es mehr Planeten in unserem Sonnensystem gibt, als wir dachten. Machen wir mit einem interessanten Exoplaneten in 90 Lichtjahren Entfernung weiter. Ein Exoplanet ist übrigens ein Planet außerhalb unseres Sonnensystems. Dieser hat eine Atmosphäre mit Wasserwolken. Ein Jahr dauert dort 24 R-Tage und sein Heimatstern ist ein roter Zwerg, der sehr viel schummriger und kleiner als unsere Sonne ist. Daher sind die Temperaturen dort mit unseren vergleichbar, obwohl er achtmal näher an seinem Stern ist als wir an unserem. Dieser Exoplanet ist ungefähr so groß wie Neptun. Seine Dichte ist nicht allzu hoch. Er besteht daher vermutlich aus Gas im Gegensatz zur Erde, die ein Gesteinsplanet ist. Die Durchschnittstemperatur liegt bei 60 Grad. Damit ist er einer der kältesten Exoplaneten, die wir bisher entdeckt haben. Je kühler ein Exoplanet ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, in der Atmosphäre Wolken zu finden. Forscher haben über 4000 Exoplaneten entdeckt. Doch alle befinden sich innerhalb der Milchstraße, bis auf einen. Zum ersten Mal haben Astronomen außerhalb unserer Galaxie einen Planeten erspäht. Sie nannten ihn M51ULS1. Dieser Planet befindet sich in der Whirlpool-Galaxie, einer 28 Millionen Lichtjahre weit entfernten Spiralgalaxie. Wir entdeckten dort einen großen, relativ jungen Stern, der im Gravitationstänzchen mit etwas, das ein Neutronenstern, der kollabierte Kern eines Riesensterns oder ein schwarzes Loch sein könnte, hängen geblieben ist. Der Tanzpartner des Sterns übte eine unglaubliche Gravitation aus. Er verschlang den Stern häppchenweise und sog sein Plasma ein. Dann geschah etwas Ungewöhnliches. Ein unbekanntes, vielleicht Saturn-großes Objekt zog vorbei und blockierte uns die Sicht. Jetzt sehen wir nicht mehr, was vor sich geht. Aber vielleicht könnte dieses Objekt der am weitesten entfernte, je entdeckte Planet sein. Außerhalb unseres Sonnensystems gibt es einen erst kürzlich entdeckten Planeten. Er ist so groß wie Jupiter und umkreist zwei Sterne. Und er kreut tatsächlich, wie wir von unserem Standpunkt aus sehen können, vor beiden Sternen. Ein ganzer Kreis um die zwei Sterne, was für diesen Planeten ein Jahr bedeutet, dauert 200 R-Tage. Am Tag der Entdeckung dieses Planeten fanden die Wissenschaftler außerdem einen ungewöhnlichen Weggefährten. Er ist ein Hot Jupiter mit einer extrem engen Umlaufbahn um seinen Stern. Dort dauert ein Jahr nur 1,9 R-Tage. Dieser Planet hat eine seltsam geformte Umlaufbahn. Außerdem verläuft sie entgegen der Drehrichtung seines Sterns. Wenn wir 57 Lichtjahre weit reisen, sehen wir etwas Pinkes in der Finsternis leuchten. Kommst du näher, wird das etwas immer größer und faszinierender. Ja, das ist ein magentafarbener Planet. Er ist ein paar Milliarden Kilometer von seiner Sonne entfernt und ist einer der jüngsten Planeten, die Astronomen je entdeckt haben. Er ist nur etwa 1 bis 200 Millionen Jahre alt. Er besteht aus rosa Gas, ähnlich wie Jupiter. Könntest du dich seiner Oberfläche nähern, würde dich das Gas wie ein dicker Nebel umhüllen. Während du eintauchst, wird das Gas immer dicker und bekommt eine rötliche Färbung. Sieh dir den Kern des Planeten an. Er ist extrem heiß. Mit seiner hohen Temperatur von 240 Grad ist der Planet ein regelrechter Ofen. Die Hitze ist der Grund, warum der Planet so hübsch leuchtet. Auch der Himmel ist zartrosa und enthält Wolken aus gefrorenem Wasser, ähnlich wie bei uns. Es gibt einen Exoplaneten, der gerade mal halb so schwer wie die Erde ist. Er ist der kleinste außerhalb unseres Sonnensystems gefundene Planet. Er hat einen Durchmesser von 9000 Kilometern. Zum Vergleich, der Durchmesser der Erde beträgt 12700 Kilometer. Der fragliche Planet besteht vorrangig aus Eisen, so wie der Merkur. Merkur hat einen mächtigen Eisenkern und eine sehr dünne Kruste, was ihn zu einem Sonderling in unserem Sonnensystem macht. In einem frühen Stadium kollidierte er mindestens einmal mit einem Himmelskörper. Die Kollision riss ihm seine äußerste Schicht weg und übrig blieb nur der nackte, harte Kern. Vielleicht hat auch dieser kleine Exoplanet einen mächtigen Zusammenprall miterlebt. Dabei könnte auch ihm sein Mantel abhandengekommen sein, sodass ihm nur sein Eisenkern blieb. Vielleicht ist er aber auch nur der Rest eines Gasplaneten, der einst so groß wie Neptun war. Die Atmosphäre des Planeten könnte zum Beispiel von einem Strahlungssturm, der von seinem Stern ausging, weggeblasen worden sein. Dieser Planet ist nur 31 Lichtjahre von uns entfernt. Ein Tag ist hier nur acht Erdstunden lang. Der Planet ist ein klein wenig größer als Mars. Doch wir werden wohl nie auf ihm siedeln können, da es dort bis zu anderthalbtausend Grad heiß wird. Die Sonnenseite des Planeten könnte aus geschmolzener Lava bestehen. Bei solchen Temperaturen verdampft eine Atmosphäre einfach. Er könnte also mal eine gehabt haben. Generell können Gasriesen wie Jupiter wegen der extremen Wetterbedingungen, Temperaturen und Druckverhältnisse kein Leben hervorbringen. Es gibt auch keine Bausteine für Lebewesen. Doch kleinere terrestrische Planeten wie die Erde verfügen über die Schlüsselzutaten wie Sauerstoff und Wasser. Außerdem sind die Bedingungen moderater. Trotzdem gibt es nicht auf allen solchen Planeten Leben. Es ist nicht so einfach, einen Planeten mit ähnlichen Bedingungen wie auf der Erde zu finden. Oder zumindest Bedingungen, die Leben ermöglichen würden. Aber schauen wir uns Kepler-22b an. Er ist unser vielversprechendster Fund. Er ist 600 Lichtjahre von uns entfernt, doppelt so groß wie die Erde und die Temperaturen liegen bei etwa 22 Grad. Das ist eine sogenannte Supererde. Diese Kategorie von Planeten gibt es in unserem Sonnensystem nicht. Sie sind massereicher als die Erde, aber leichter als die Eisriesen Uranus oder Neptun. Supererden bestehen aus Gestein, Gas oder einer Mischung beider Komponenten. Kepler-22b befindet sich innerhalb der habitablen Zone seines Heimatsterns, der jedoch schwächer leuchtet als unsere Sonne. Der Planet hat vermutlich einen Gesteinskern. Es könnte dort auch einen Ozean geben. Allerdings beherbergt er kein Leben. Zumindest nicht, soweit wir wissen. Wir mögen uns für fortschrittlich halten. Doch wenn wir einen kurzen Blick auf die acht Planeten unseres Sonnensystems und ihre 200 Monde werfen, wird deutlich, wie wahnsinnig wenig Ahnung wir eigentlich von dem haben, was es da draußen gibt. Nämlich so viel, dass inzwischen spekuliert wird, dass es noch einen Planeten in unserem Sonnensystem geben könnte. WissenschaftlerInnen nennen ihn den Planet X oder Planet 9. Diese unentdeckte Welt könnte weit hinter Neptun versteckt sein. Die Umlaufbahnen der Asteroiden und Zwergplaneten in diesem Gebiet verlaufen auf unerklärliche Weise anders und Planet X könnte der Grund dafür sein. Geschichten über diesen mysteriösen Planeten haben schon vor über 100 Jahren mit einem Mann namens Percival Lowell begonnen. Der liebte den Weltraum ungemein und abgesehen davon, dass er einen beeindruckenden Schnurrbart hatte, war er auch super reich. Der Glückspilz. Er nutzte seinen Reichtum, um sich ein Observatorium in Arizona zu bauen. Dann widmete er es dem Studium der seltsamen Bewegungen von Uranus und Neptun. Ihre Anziehungskraft ist langsamer als die aller anderen Planeten in unserem Sonnensystem, fast so, als würde ein riesiges verstecktes Objekt sie vom Kurs abbringen. 1906 stellte Lowell die Theorie auf, dass es jenseits von Neptun einen weiteren Planeten geben könnte, der diese seltsamen kosmischen Ereignisse wahrscheinlich verursachte. Der Mann nannte diesen potenziellen Weltraumkörper Planet X. 1930 wurde Pluto entdeckt, und zwar von Clyde Tombaugh in Lowells Observatorium. Es sah so aus, als hätten die Menschen endlich eine Erklärung für die seltsamen Orbitmuster. Lowells Team war nach der Entdeckung auf Wolke 7, doch die Feierlichkeiten waren nur von kurzer Dauer. Bald fanden sie heraus, dass Pluto viel zu klein war, um einen so großen Einfluss auf die umliegenden Planeten zu haben. Und er war auch zu weit von ihnen entfernt. Also ging es zurück ans Reißbrett. Planet X, falls er existiert, ist zehnmal so groß wie die Erde und viermal so groß wie ihr Radius. Es würde mindestens 10.000 Jahre dauern, bis der Planet einmal die Sonne umkreist hätte. Und er wäre mehr als 200 Mal weiter von ihr entfernt als unser Heimatplanet. Das sind 600 astronomische Einheiten vom Zentrum des Sonnensystems entfernt. Zu deiner Info, eine astronomische Einheit entspricht der Entfernung zwischen Sonne und Erde. Aber auch wenn das sehr weit weg klingt, ist es das nicht. Der Abstand zwischen Raumkörpern wird normalerweise in Lichtjahren gemessen. Und eine astronomische Einheit ist eine viel kleinere Maßeinheit. Für den Kontext, das am weitesten von der Erde entfernte Objekt, das wir kennen, ist die Galaxie GNZ 11. Hübscher Name, oder? Die liegt unglaubliche 32 Milliarden Lichtjahre entfernt. Trotzdem können unsere Teleskope sie noch immer erkennen. Und ein einziges Lichtjahr entspricht über 63.000 astronomischen Einheiten. Wow. Wenn unsere Technik also eine so weit entfernte Galaxie erkennen kann, wie konnten wir dann Planet X übersehen? Nun, wahrscheinlich liegt es daran, dass es ihn vielleicht gar nicht gibt. Die Theorie von Planet X wurde 1989 so ziemlich widerlegt. Da hat man entdeckt, dass die mysteriöse Anziehungskraft von Neptun die ganze Zeit ein Ablenkungsmanöver gewesen war. WissenschaftlerInnen hatten massiv falsch eingeschätzt, wie groß Neptun tatsächlich war. Voyager 2 besuchte den Planeten und fand seine tatsächliche Größe heraus. Diese neue Information erklärte die seltsamen Anziehungskräfte, was bedeutet, dass sie nicht vom sogenannten Planeten X verursacht wurden. Doch da hört unsere Recherche noch nicht auf, da der hypothetische neunte Planet vor etwa zehn Jahren wieder aufgeploppt ist. Während die Beweise für Lowell's Theorie falsch waren, war der Glaube an die Existenz von Planet X es möglicherweise nichts. 2015 entdeckten die Astronomen Michael Brown und Konstantin Batygin, dass hinter Neptun tatsächlich unerklärliche Gravitationskräfte im Spiel waren. Es gibt dort Trabanten, die ihre Planeten senkrecht umkreisen, was sonst nirgendwo in unserem Sonnensystem passiert. Es gibt da auch Asteroidenhaufen, die sich auf sehr spezifische Weise bewegen. So spezifisch, dass es im Grunde unmöglich ist, dass es zufällig sein könnte. Noch seltsamer, es gibt dort Trabanten, die sich im Gegensatz zu den meisten anderen Dingen im Sonnensystem in völlig entgegengesetzter Richtung zur Sonne bewegen. Ein Planetoid namens Sedna scheint ebenfalls in Richtung von irgendetwas gezogen zu werden, zusammen mit sechs anderen, die alle in dieselbe Richtung wandern. Und Brown und Batygin sind nicht nur irgendwelche anderen Sternengucker. Sie sind beide angesehene Wissenschaftler auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Konstantin Batygin wurde vom Forbes Magazine als einer von 30 Wissenschaftlern genannt, die die Welt verändern werden. Und Mike Brown war der Mann, der Pluto als Zwergplaneten neu definierte. Das heißt, wenn diese Typen etwas sagen, ist es normalerweise ziemlich legitim und du solltest wahrscheinlich zuhören. Doch die einzige Möglichkeit, wirklich zu beweisen, dass Planet X existiert, besteht darin, ihn tatsächlich zu finden. Und das hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt. Um den Planeten zu lokalisieren, müssten wir die sogenannte Transitmethode anwenden. Dabei beobachten wir im Grunde eine ganze Reihe von Sternen über einen längeren Zeitraum und achten auf Lichteinbrüche, die sie abgeben. Diese Einbrüche würden wahrscheinlich von einem Planeten verursacht, der im Weg steht. Und tada, die Existenz von Planet X könnte bewiesen werden. Doch damit diese Methode funktioniert, müssen die Erde, der neue Planet und die Sonne alle perfekt ausgerichtet sein. Diese Umstände sind ziemlich selten. Und wenn diese Bedingungen nicht gegeben sind, tritt der Lichteinbruch nicht auf. Außerdem würde diese Methode nur wirklich bei Planeten funktionieren, die näher an der Sonne sind als unsere Erde. Das sind Venus und Merkur. Für alles, was über die Erde hinausgeht, ist diese Technik ziemlich nutzlos. Eine weitere Technik, die wir anwenden könnten, besteht darin, den potenziellen Planeten durch ein gutes altmodisches Teleskop zu finden. Aber wie du dir vorstellen kannst, ist das wahnsinnig knifflig. Das am weitesten entfernte Objekt, das wir in unserem Sonnensystem gefunden haben, ist ein Planetoid mit dem passenden Namen Far Far Out. Also weit, weit weg. Doch der ist nur 140 AE von der Sonne entfernt. Das ist gerade mal ein Viertel des Weges zu Planet X. Wir können ein Objekt nur aufgrund seiner Helligkeit sehen. Die Sonne ist für uns sehr gut sichtbar, weil sie riesige Lichtmengen aussendet. Und wir können den Mond sehen, weil er das Licht der Sonne reflektiert. Technisch betrachtet hat der Mond kein Recht, heller zu erscheinen als alles andere am Nachthimmel. Er scheint nur heller, weil wir näher an ihm dran sind. Je weiter weg ein Objekt ist, desto weniger hell erscheint es uns. Das Hauptproblem beim Sehen des theoretischen Planeten X ist, dass alle Objekte in unserem Sonnensystem ihr Licht von der Sonne bekommen. Sie reflektieren das Sonnenlicht und deshalb können wir sie sehen. Angesichts der Entfernung von Planet X von der Sonne ist es fast unmöglich, ihn zu erkennen. Und aufgrund des sehr schwachen Lichts bräuchten wir zum Betrachten perfekte Wetterbedingungen sowie ein extrem starkes Teleskop. Aber Brown und Batigin haben das Perfekte gefunden. Das Subaru-Teleskop befindet sich auf der Spitze eines schlafenden Vulkans auf Hawaii. Es ist riesig und kann selbst das schwächste Licht von weit entfernten Weltraumobjekten einfangen. Das Problem ist, dass wir herausfinden müssen, in welche Richtung wir es drehen sollen. Ohne zu wissen, wo Planet X sich tatsächlich befindet, ist das Ganze im Grunde nur ein riesiges Ratespiel. Es gibt auch nur etwa drei Nächte jedes Jahr, in denen die Bedingungen klar genug sind, um den hypothetischen Planeten X zu sehen. Es ist schwierig, aber nicht unmöglich. Und trotzdem haben die meisten Astronominnen aufgegeben, sich geeinigt, dass Planet X nicht existiert und erklärt, dass er nur ein geläufiger Mythos sei. Die am weitesten verbreitete Erklärung für die seltsamen Anziehungskräfte lautet, dass es in unserem Sonnensystem ein winziges schwarzes Loch gibt. Das zieht die Planeten zu sich heran. Aber keine Sorge, angeblich ist es nicht groß genug, um tatsächlich an einem Planeten zu knabbern. Auf der Erde ist also alles gut. Für den Moment. Das Problem mit der Theorie des schwarzen Lochs ist, dass auch dieses Ding fast unmöglich aufzuspüren ist. Zwar wäre seine Masse theoretisch so groß wie die von Planet X, doch dabei wäre das Loch selbst auf die Größe einer Orange zusammengequetscht. Teleskope würden nichts nützen. Um es zu finden, müssten die Menschen nach den Gammastrahlen suchen, die von Objekten ausgesendet werden, wenn sie in ein schwarzes Loch stürzen. Eine andere Möglichkeit, es zu finden, besteht darin, hunderte von winzigen Raumfahrzeugen loszuschicken. Die würden nahe genug an dem hypothetischen Loch vorbeikommen. Und wenn sie davon angezogen werden, könnten wir es wahrscheinlich aufspüren. Aber gibt die Theorie von Brown und Batige noch nicht auf. Die NASA dokumentiert sie noch immer weiter. Und bis wir eindeutige Hinweise finden, die jegliche Theorien beweisen, kann Planet X noch immer irgendwo da draußen sein. Wir könnten uns der Entdeckung eines riesigen, eisigen Planeten jenseits der Umlaufbahn des Neptuns nähern. Tut uns leid, Pluto, du bist es immer noch nicht. Kürzlich hat die Kartierung des Universums mit Daten von einem Teleskop auf Hawaii etwa 78% der möglichen Standorte für diesen geheimnisvollen Waldo aus dem All ausgeschlossen. Einige Menschen nennen es Planet 9, während andere es lieber Planet X nennen. So oder so, es hat seit seinem ersten Vorschlag Kontroversen verursacht. Und das liegt hauptsächlich daran, dass bisher keine Studie die große Frage beantworten kann. Existiert es wirklich? Wenn entdeckt, würde Planet 9 als der fünftgrößte Planet in unserem Sonnensystem eingestuft werden. Mit einer Masse, die zehnmal größer ist als die der Erde. Es wird auch theoretisiert, dass er gasförmig ist, wie Uranus. Die erste Studie zum Planeten 9, die bis ins Jahr 2016 zurückreicht, legt nahe, dass dieser kolossale neue Planet die Sonne 20 Mal weiter draußen umkreist als Neptun, der etwa 4,5 Milliarden Kilometer entfernt ist. Dadurch würde der Planet 9 zwischen 10.000 und 20.000 Jahre benötigen, um eine einzige Umrundung der Sonne zu vollenden. Wird dies bestätigt, würde diese noch zu entdeckende Welt eine größere Region dominieren, als jeder andere bekannte Planet in unserer kosmischen Nachbarschaft. All das sind faszinierende Hypothesen, aber ohne ein einziges Beweisstück oder eine Beobachtung, die sie stützt. Bevor man dies als wilde Vermutung abtut, ist es wichtig zu beachten, dass diese Forscher auf komplexe mathematische Modellierung und Computersimulationen zurückgegriffen haben, um über die Eigenschaften des Planeten zu spekulieren. Denn das ist, was sie tun. Die hypothetische Existenz dieses Planeten würde verschiedene mysteriöse Merkmale erklären, die sich jenseits des Neptun befinden. Wir sprechen hier speziell über den Kuipergürtel. Eine riesige, donutförmige Region voller eisiger Überreste aus der Entstehungszeit des Sonnensystems, einschließlich Kometen und Zwergplaneten wie Pluto. Was hier passiert, ist Folgendes. Die sechs am weitesten entfernten Objekte im Kuipergürtel zeigen elliptische Bahnen, die alle in einer ähnlichen Richtung im physischen Raum ausgerichtet sind und etwa 30 Grad nach unten geneigt sind, relativ zur Umlaufbahn unserer acht bekannten Planeten. Was hier seltsam ist, ist, dass sie trotz ihrer unterschiedlichen Umlaufgeschwindigkeiten um das Sonnensystem herum diese Ausrichtung beibehalten. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine solche Ausrichtung zufällig auftritt, ist extrem niedrig. Ungefähr 0,007 Prozent. Hier kommt der Planet 9 ins Spiel. Eine hypothetische, massive Himmelskörper, der eine plausible Erklärung für dieses merkwürdige Phänomen bietet und möglicherweise durch seine gravitativen Einflüsse diese Bahnen formt. Die ursprüngliche Theorie hielt nicht lange Stand und sah sich mit Vorwürfen hinsichtlich beobachtungsmäßiger Voreingenommenheit und Berechnungsfehlern konfrontiert. Dann tauchte im Jahr 2017 eine weitere Studie auf, die die Idee wieder aufkommen ließ, dass Planet 9 vielleicht doch existiert. Dieses Mal versuchten spanische Astronomen einen neuartigen Ansatz und konzentrierten sich auf die Beobachtung extremer transneptunischer Objekte. Diese Himmelskörper umkreisen die Sonne auf stark gestreckten elliptischen Bahnen, wobei die durchschnittlichen Entfernungen 22 Milliarden Kilometer überschreiten. Die Forschung deutet darauf hin, dass die Entfernungen zwischen den Knoten dieser Objekte und der Sonne Hinweise auf den Standort des Planeten 9 liefern könnten. Sie sehen, diese Knotenpunkte sind die Stellen, an denen die Umlaufbahn eines Himmelskörpers die Ebene des Sonnensystems schneidet. Wenn diese Objekte diese Punkte erreichen, ist die Wahrscheinlichkeit einer Interaktion mit anderen Himmelskörpern im Sonnensystem höher, was zu bedeutenden Veränderungen ihrer Umlaufbahnen oder sogar zu Kollisionen führen kann. Also, wenn die Flugbahn dieser extremen transneptunischen Objekte stabil bleibt, ist alles in Ordnung. Aber wenn sie es nicht ist, dann ist das ein Zeichen dafür, dass etwas anderes, etwas Großes, ihren Weg stört. Und genau das haben die Forschungen herausgefunden. Da draußen gibt es etwas Unsichtbares, das diese Objekte von ihrem Kurs abbringt. Und dieses Etwas könnte ein Planet sein, der in einer Entfernung von 300 bis 400 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als die Erde. Bis heute ist die Erforschung der extremen transneptunischen Objekte der stärkste Beweis, den wir für die Existenz des Planeten 9 haben. Und wenn Sie von dieser Theorie immer noch nicht überzeugt sind, bedenken Sie, dass seltsame Bewegungen wie diese schon zuvor zu Planetenentdeckungen geführt haben. Neptun beispielsweise wurde entdeckt, weil sich die Bewegung des Uranus nicht ganz mit den Vorhersagen der Newton'schen Schwerkraft deckte. Aber die Ablenkung seiner Umlaufbahn konnte erklärt werden, wenn sie durch die Anziehungskraft eines noch unentdeckten Planeten verursacht wurde. Und genau so haben wir Neptun entdeckt. Das Jahr ist 2021 und es gibt wieder all diesen Wirbel um Planet 9. Nachdem einige alte Vermutungen korrigiert wurden, gehen Studien nun eher davon aus, dass diese mysteriöse Welt alle 7000 Jahre eine epische Schleife um die Sonne macht. Das ist eine riesige Neuigkeit, denn das bedeutet, dass dieser Planet näher sein könnte, als wir je gedacht haben, was es für unsere Teleskope einfacher macht, ihn zu entdecken. Das Papier deutet ebenfalls darauf hin, dass eine überwältigende 99-prozentige Chance besteht, dass die ungewöhnlichen Umlaufbahnen dieser weit entfernten Objekte alle aufgrund dieses unsichtbaren Planeten sind, nicht nur irgendein kosmischer Zufall. Die Chancen, dass diese gesamte Situation ein Fehlschlag ist, liegen nun bei einer von 250, was viel besser ist als die 1 zu 10.000 Chance im Jahr 2016. All diese optimistischen Zahlen haben uns dorthin gebracht, wo wir heute sind. Unsere Hoffnungen aufrecht zu erhalten und an besserer Ausrüstung zu arbeiten, um die Mission der Entdeckung des Planeten 9 vorzusetzen. Wie bereits erwähnt, haben Forscher auf Hawaii eine Art Schatzkarte erstellt, indem sie das Panorama-Survey-Teleskop und das Rapid-Response-System genutzt haben, um 78% seiner Standorte auszuschließen. Das ist großartige Neuigkeiten, wenn man bedenkt, wie herausfordernd es ist, eine planetengroße Nadel in einem kosmischen Heuhaufen zu finden. Aber leider bleibt die Präsenz von Planet 9 ein Geist in den dunklen äußeren Bereichen unseres Sonnensystems. Enthusiasten sind immer noch von seiner Existenz überzeugt und glauben, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis wir die Entdeckung von Erdes neuem kosmischem Cousin feiern. Sie setzen ihre Hoffnungen auf das Vera Cerubin Observatorium, das derzeit in Chile gebaut wird und voraussichtlich Ende 2025 den wissenschaftlichen Betrieb aufnehmen wird. Über einen Zeitraum von zehn Jahren wird dieses Observatorium den gesamten Himmel der südlichen Hemisphäre alle paar Nächte mit einem schnellen, acht Meter großen Teleskop scannen, das mit der größten Digitalkamera der Welt ausgestattet ist. Die Idee ist, alles im Sonnensystem zu katalogisieren, von und jenseits von Neptun aus, und die Bewegungen von Millionen von Himmelskörpern zu verfolgen, einschließlich Weltraumschrott, Asteroiden, Kometen und Sternen. Wenn Planet 9 tatsächlich existiert, könnte dieses Teleskop der nächsten Generation das sein, das ihn findet. Die Existenz dieses mysteriösen Planeten wird in der wissenschaftlichen Gemeinschaft keineswegs universell anerkannt. Das liegt einfach daran, dass Planet 9 nicht die einzige Erklärung für die seltsamen Phänomene ist, die jenseits von Neptun auftreten. Eine Theorie deutet darauf hin, dass eine Gruppe entfernter Objekte, wie Zwergplaneten, Kometen und Monde, möglicherweise kollektiv die Umlaufbahnen der extrem transneptunischen Objekte beeinflussen könnte. Andere glauben, dass ein schwarzes Loch hinter all dem steckt. Diese komprimierten Massen sind einige der dichtesten Objekte im Universum und könnten potenziell in der Lage sein, die Bahnen anderer Massen zu beeinflussen, so wie es vermutlich der sogenannte Geist Planet 9 tut. Eine weitere kühne Perspektive legt nahe, dass unser aktuelles Verständnis der Gesetze der Schwerkraft fehlerhaft, tatsächlich unvollständig, ist. Diese Theorie, bekannt als modifizierte newtonsche Dynamik, schlägt vor, dass diese weit entfernten eisigen Objekte nicht aufgrund der Einwirkung eines anderen Planeten, sondern wegen des gewaltigen Gravitationsfeldes der Milchstraße, ein seltsames Verhalten aufweisen. Allerdings geben selbst Befürworter dieser Theorie zu, dass es noch zu früh ist, um feste Schlüsse zu ziehen und dass noch viel umfangreichere Forschung benötigt wird. Während wir unsere unermüdliche Suche nach Planet 9 fortsetzen, haben einige Astronomen einen Schritt weiter gemacht und die Existenz eines hypothetischen Planeten 10 vorgeschlagen. Diese Welt hat eine Masse und Größe wie die von Mars oder Erde und befindet sich am Rand des Kuipergürtels. Aber die Sache ist die, wenn dieser angebliche Planet 10 tatsächlich so klein ist, wie Wissenschaftler glauben, könnte er möglicherweise nicht genug Schwerkraft haben, um seine Umlaufbahn von Trümmern zu räumen. Und das ähnelt ziemlich dem, was mit Pluto passiert, einer der Gründe, warum er im Jahr 2006 in Schwierigkeiten geriet. Also ja, es ist besser, nicht zu aufgeregt zu sein. Dieser vermeintliche Planet 10 könnte am Ende als ein weiterer Zwergplanet eingestuft werden. Über tausende von Jahren kannten die Menschen nur die Planeten Merkur, Venus, Mars, Jupiter und Saturn, die sie mit einfachen Teleskopen oder sogar mit bloßem Auge sehen konnten, wenn die Bedingungen gut waren. Aber im späten 18. Jahrhundert, 1781, entdeckte ein berühmter Astronom Sir William Herschel einen neuen Planeten, der eisblau in Farbe war. Zuerst dachten die Leute, es wäre ein Stern. Aber später erkannten sie, dass es ein Planet war. Heute kennen wir ihn als Uranus, einen Planeten, der mehr als 19 Mal weiter von der Sonne entfernt ist, als die Erde. Er ist so weit weg, dass es Uranus 84 Jahre braucht, um einmal um die Sonne zu reisen. Dieser Astronom entdeckte auch viele andere interessante Dinge im Weltraum, wie Doppelsterne und Nebel. Mitte der 1800er Jahre bemerkten Wissenschaftler, dass etwas den Uranus anzog und seine Umlaufbahn seltsam beeinflusste. Sie dachten, es müsse einen anderen Planeten dort draußen gebären, und sie verbinden Mathematik, um woraus zu sagen, gehen, wo er sich befinden würde. Schließlich fanden sie, Otto 9560, den Neptun mit einem Teleskop. Er war zu lichtschwach, um mit bloßem Auge gesehen zu werden, da er zu weit von der Sonne entfernt war. Es war alles so aufregend. Wer weiß, wie viele andere Planeten dort draußen sein könnten, verborgen in der Dunkelheit unseres Sonnensystems. Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts bemerkten Astronomen, dass am Himmel etwas Ungewöhnliches vor sich ging. Ein kleiner, felsiger Planet namens Mercur verhielt sich seltsam. Er folgte nicht der vorhersehbaren Umlaufbahn, die von ihm erwartet wurde. Einer der Astronomen war der brillante französische Wissenschaftler, Urbain Le Verrier. Er kam auf die Theorie, dass es einen weiteren Planeten in unserem Sonnensystem geben könnte, den noch niemand entdeckt hat. Dieser wäre irgendwo zwischen Merkur und der Sonne lokalisiert. Dieser hypothetische Planet, den er nach dem römischen Gott des Feuers, Vulkan, benannte, hätte eine unglaublich heiße Oberfläche und er könnte eine mögliche Erklärung für das merkwürdige Verhalten des Merkurs sein. Er hat sicherlich nie behauptet, dass Vulkan wirklich das eine Ding war, das die Umlaufbahn des Merkurs störte. Aber angeregt durch die Möglichkeit, einen neuen Planeten zu entdecken, nahmen Astronomen auf der ganzen Welt die Idee von Vulkan auf. Für einen Planeten, der nicht existierte, verpflichteten sich die Leute, Ideen zu entwickeln und Informationen darüber zu sammeln. Einige Wissenschaftler hielten es für unwahrscheinlich, dass sie einen anderen Planeten in der Größe von Merkur übersehen hätten. Es wäre schwer gewesen, ihn bis dahin nicht zu sehen. Aber es bestand eine winzige Chance, dass ein kleinerer Planet innerhalb der Umlaufbahn von Merkur existierte, der der Sonne so nahe war, dass niemand ihn sehen konnte. Eine Theorie besagte, dass er etwa 21 Millionen Kilometer von der Sonne entfernt war. Merkur ist der Planet mit der exzentrischsten Umlaufbahn in unserem Sonnensystem, aber der nächste Punkt, den er zur Sonne erreicht, beträgt etwa 28,5 Millionen Meilen. Das bedeutet, dass Vulkan weniger als die Hälfte dieser Entfernung sein würde. Die Theorie geht weiter und sagt, dass, wenn Vulkan existierte, er alle 19 Tage und 18 Stunden die Sonne umkreisen würde und seine Bahn etwa 12 Grad relativ zur Bahn anderer Planeten in unserem Sonnensystem geneigt wäre. Die Position des Vulkans an seinem entferntesten Punkt von der Sonne wäre immer noch zu nahe an der Sonne, um mit bloßem Auge gesehen zu werden, selbst in der Dämmerung. Die einzige Möglichkeit, den Vulkan zu sehen, wäre während einer Sonnenfinsternis oder wenn er vor der Sonne vorbeizieht, was laut Theorie zwei bis vier Mal im Jahr geschehen würde. Sie hatten die Theorie, dass dieser mysteriöse Planet so nahe an der Sonne war, dass er nur während einer totalen Sonnenfinsternis gesehen werden konnte, wenn der Mond das blendende Licht der Sonne blockierte. Also jedes Mal, wenn es eine Finsternis gab, würden Wissenschaftler hoffnungsvoll auf die Sonne schauen, in der Hoffnung, einen Blick auf Vulkan zu erhaschen. Sie haben sich wirklich angestrengt, aber egal was sie taten, sie konnten diesen mysteriösen Planeten nicht finden. Einige Astronomen behaupteten, ihnen wären Sonnenfinsternissen gesichtet zu haben, aber niemand konnte das jemals bestätigen oder Beweise dafür finden. Die Theorie von Vulkan wurde für bessere Zeiten auf Eis gelegt, von Vulkan. Einstein hatte eine andere Idee. Sie wissen über seine allgemeine Relativitätstheorie Bescheid, oder? Das ist dort, wo er behauptete, dass die Schwerkraft keine Art natürliche Kraft ist, sondern das Ergebnis von gekrümmter Raumzeit aufgrund der Präsenz von riesigen Weltraumobjekten, wie Planeten und Sternen, ist. Planeten kreisen in ihrer üblichen Umlaufbahn um die Sonne, weil die Raumzeit gekrümmt ist. Das bedeutet, dass die Planeten sozusagen auf den Zentralstern unseres Sonnensystems fallen. Und Einstein versuchte, die ungewöhnliche Umlaufbahn des Merkurs mit seiner eigenen Relativitätstheorie zu erklären. Im Gegensatz zu den anderen Planeten in unserem Sonnensystem war die Umlaufbahn des Merkurs nicht so kreisförmig. Stattdessen schien sie leicht zu schwanken, als ob eine unsichtbare Kraft sie abziehen würde. Einstein sagte, dass dies möglicherweise passieren könnte, weil die massive Schwerkraft unserer Sonne tatsächlich das Raumzeitgewebe um sie herumkrümmt. Er behauptete, es sei möglich, dass dies die Umlaufbahn des Merkurs ein wenig verändert habe. Es dauerte eine Weile, bis die wissenschaftliche Gemeinschaft diese Theorie testen konnte. Aber sie schien schließlich die plausibelste Erklärung zu sein. Obwohl Einsteins Theorie uns eine elegantere Erklärung für Merkurs seltsame Umlaufbahn gab, hofften einige Wissenschaftler immer noch auf den Vulkan. Es war besonders schwer, die Idee von Vulkan loszulassen, weil Merkur auch der Planet ist, der von unserem Standpunkt aus wirklich schwer zu sehen ist. Aber später begannen immer mehr Wissenschaftler, Einsteins Theorie über ihrer Vorstellungskraft zu akzeptieren. Und sie würden eine totale Sonnenfinsternis beobachten. Speziell um Einsteins Theorie der Relativität zu testen. Nicht wegen des Vulkans. Und Vulkan ist nicht der einzige hypothetische Planet, über den alle gesprochen haben. Im neueren Zeitalter glauben einige, dass es einen mysteriösen Planeten geben könnte, der in den äußeren Teilen unseres Sonnensystems lauert. Aber dieser existiert wahrscheinlich. Niemand hat ihn bisher direkt gesehen. Aber Computersimulationen zeigen, dass dieser sogenannte Planet 9 oder Planet X wahrscheinlich irgendwo jenseits von Neptun liegt. Neptun und Planet X könnten ähnlich in der Größe sein. Planet X könnte zehnmal massiver als die Erde sein und kreist in einer länglichen Form um unsere Sonne, die durchschnittlich 20 Mal weiter von der Sonne entfernt ist als Neptun. Ein Jahr dort könnte zwischen 10.000 bis 20.000 Erdjahren dauern. Im Vergleich dazu dauert ein Jahr auf Neptun 165 Erdjahre. Etwas so Großes, das sich dort draußen hinter dem Neptun bewegt, könnte die ungewöhnlichen Umlaufbahnen kleinerer Objekte im Kuipergürtel erklären. Der Kuipergürtel ist der Teil unseres Sonnensystems jenseits des Neptuns, wo es sich dreht. Und dort gibt es wahrscheinlich viele Asteroiden, Kometen und einige andere kleinere Körper, die hauptsächlich aus Eis bestehen. Es gab einen weiteren hypothetischen Planeten namens Nibiru. Erinnerst du dich an die Gerüchte, dass die Welt 2012 enden könnte? Eines der populären Szenarien war Nibiru, von dem einige behaupteten, er würde unseren Heimatplaneten Ende des Jahres treffen. Natürlich ist nichts passiert, wir sind immer noch alle gut und munter. Aber die Idee von Nibiru schien interessant. Geschichten begannen in den 1970er Jahren, 1976, als ein Mann, Zicharia Sitchin Nibiru in seinem Buch Der zwölfte Planet erwähnt behauptet, es umkreise die Sonne alle 3600 Jahre. Aber es besteht keine Chance, dass ein Planet mit einer derart exzentrischen Umlaufbahn die anderen Planeten in unserem Sonnensystem mit seiner Schwerkraft nicht stören würde. Und wenn er wirklich im Jahr 2012 so nahe an der Erde gewesen wäre, hätten wir ihn mit bloßem Auge sehen sollen. Einige einfache Berechnungen zeigten, dass Nibiru fast so hell wie der Mars in seinem dunkelsten Zustand und heller als die schwächsten Sterne, die man von einer Stadt aussieht, gewesen wäre. Nun, vielleicht haben wir in den nächsten 3.500 und einigen Jahren mehr Glück. Im Jahr 2011 erschien ein Komet Elenin, von dem viele Menschen dachten, er könnte Nibiru sein. Aber wenn man durch ein Teleskop auf Kometen und Planeten schaut, sieht man, dass sie sich unterschiedlich darstellen. Ein Komet hat eine Koma, das ist eine Gasatmosphäre, zusammen mit einem Schweif, etwas, was ein Planet nicht hat. Außerdem schlug dieser Komet nicht auf die Erde ein. Er kam unserer Sonne zu nahe, und zerfiel. Die übrig gebliebenen Teile werden sich auf dem Weg zum äußeren Sonnensystem weiter bewegen, für die nächsten 12.000 Jahre. Wenn Planeten explodieren, wird's ziemlich heikel. Atmosphären verschwinden. Zeug fliegt durch die Gegend, alles kollabiert. Die Welt wird heller als ein Dutzend Sonnen. Du musst dir deine Augen und Ohren zuhalten. Deine Haare stehen dir zu Berge. Die gewaltige Kraft einer kosmischen Explosion ist angsteinflüssend. Kurz vor der ersten Explosion schwebst du durch komplette Finsternis. Unter dir siehst du den Mond. Zumindest gehst du davon aus. Die Oberfläche dieses hellleuchtenden Körpers ist mit Kratern von Meteoriteneinschlägen übersät. Du kannst gigantische Hügel erkennen, die sich kilometerweit strecken. Es ist Merkur. Und nun lässt du ihn explodieren. Wie in Zeitlupe siehst du den Planeten zerbröseln. Und schon kommt eine Wand aus Weltraumtrümmern auf dich zugeflogen. Zuerst riesige Steinbrocken, die Überreste der Planetenkruste und seines Steinmantels. Das Aussehen und die Struktur der Trümmer, die jetzt auf dich zufliegen, verändern sich. Das Zeug sieht flüssig aus, fast wie Quecksilberspritzer. Das ist der metallische Kern des Merkur, der auseinanderfliegt. Er macht 85 Prozent des Volumens des Planeten aus. Und danach kommt wieder ein Feuerwerk festen Gesteins. Das sind die Reste des Kerns. Die Explosion ist so gewaltig, dass sie die Erde aus ihrer Umlaufbahn wirft. Die Sonne absorbiert einen großen Teil der Staubwolke. Das ist alles, was von Merkur übrig geblieben ist. Aber keine Sorge. Unser Sonnensystem wird seine Planeten behalten. Diese Explosions-Utopie ist nur ein Experiment. Wenn du hiermit fertig bist, klickst du auf ein anderes Video und die Planeten sind wieder heile. Wie zurückgespult. Auf deinem Weg triffst du auf den nächsten Planeten. Seine Oberfläche versteckt sich unter einer superdichten Atmosphäre aus Kohlendioxid. Würdest du auf der Venus landen wollen, wärst du von Schwefelsäurewolken umgeben. Die Oberfläche des Planeten erschiene dir rotbräunlich, trocken und verdammt heiß. Du könntest über flache, geschmeidige Ebenen laufen, die zwei Drittel des Planeten ausmachen. Außerdem wären da noch Vulkane. Genauer gesagt 1600 von ihnen. Naja, das wird jedoch nicht passieren. Du drückst nämlich auf den Knopf. Riesige Basaltbrocken kommen aus der Explosion herausgeflogen. Das war mal die 18 Kilometer dicke Kruste des Planeten. Dann siehst du helle, brennende Meteoriten auf dich zufliegen, und zwar im Mordstempo. Die sind Überbleibsel des zerschmolzenen Steinmantels der Venus. Der Feuerregen hört nicht auf. Könnte daran liegen, dass der Mantel 1900 Kilometer dick war. Aber auch das war nicht der massivste Teil des Planeten. Die Kraft der Explosion zerreißt den Metallkern der Venus. Sein Durchmesser war doppelt so breit wie der gesamte Mantel. Du erreichst den blauen Schein deines Heimatplaneten. Wie er wohl von innen aussieht. Von oben betrachtet sieht er zumindest echt hübsch aus. 71 Prozent seiner Oberfläche sind wegen seiner Meere und Ozeane blau. Es gibt aber auch grüne, gelbe und braune Flecken, sowie weiße Wirbel. Du drückst auf den Knopf. Der Planet zerberstet in alle Einzelteile. Die Gesteinsbrocken entstammen der dünnen Erdkruste und dem weitaus dickeren Erdmantel. Die beiden Schichten machten fast 84 Prozent des gesamten Volumens der Erde aus. Das sind brühend heißes Eisen und Nickel, die den äußeren Erdkern gebildet haben. Die Metalle waren nicht genügend Druck ausgesetzt, um fest zu sein. Die Explosion ist so gewaltig, dass der innere Erdkern entzwei bricht. Das war mal ein fester Ball aus Eisen und Nickel. Nachdem die Erde in alle Einzelteile zersprengt wurde, umkreisen diese die Sonne. Die massiveren Brocken kollidieren mit dem Mond und einige reisen noch weiter und werden von der Sonne verschluckt. Aber du hast keine Zeit. Der rote Planet wartet auf dich. Die Oberfläche des Mars ist mit rostfarbenem Staub überzogen. Die Staubschicht ist überall verschieden dick, doch in den meisten Fällen sogar zwei Meter. Die Farben des Marsbodens reichen von Gold und Braun über Lohfarben bis hin zu einem Grün. Der Farbton hängt von den Mineralen ab, die sich in der Erde befinden. Die Oberfläche ist steinig. Darauf findest du trockene Seebetten, Krater, Vulkane und Berge. Bang! Der Mars ist ein Gesteinsplanet. Du musst also berggroßen Trümmern aus vulkanischem Basalt ausweichen. Als nächstes siehst du etwas, das wie Zahnpasta aus cremigem Gestein aussieht. Das war der Marsmantel, der aus Sauerstoff, Silikaten und anderen Mineralen bestand. Dann wird das fliegende Gestein wieder fest. Ah, da kommt auch schon der Marskern. Der war auch mal fest und umfasste Eisen, Nickel und Schwefel. Milliarden und Trilliarden Teile, Mondgroß oder nur wenige Meter im Durchmesser, werden in alle Richtungen gesprengt. Doch nur wenige von ihnen verlassen das Sonnensystem. Das ganze Ereignis verändert die Umlaufbahn der Erde. Und die Temperatur steigt um ganze 10 Grad. Du lässt die steinigen Planeten hinter dir und näherst dich dem ersten Gasgiganten, Jupiter. Seine Oberfläche versteckt sich unter braunen, gelben, roten und weißen Wolken. Die lassen den Planeten farbenfroh und schön gestreift aussehen. Egal, du drückst den Knopf. Dieses Mal jedoch sieht alles anders aus. Anstatt Trümmer und Kruste siehst du Strahlströme aus Gas vom Planeten entweichen. Das Gas dürfte die Atmosphäre des Jupiters sein, die aus Wasserstoff und Helium besteht. Und binnen kürzester Zeit wird die Materie, die ins All fliegt, flüssig. Das liegt am Wasserstoff, der unter immensem atmosphärischem Druck seine Form verändert, sobald er dem Planetenkern nahe ist. Wenig später ist die Flüssigkeit bereits eine Legierung aus metallischem Wasserstoff und Helium. Und endlich etwas Festes. Das war vermutlich Jupiters Kern, der übrigens 14 bis 18 Mal der Masse der Erde entspricht. Der Durchmesser des Giganten betrug knapp 150.000 Kilometer. Die Explosion des Jupiters ist so gewaltsam, dass sie kleinere Planeten wie den Mars oder die Erde in Luft auflöst. Doch die Sonne kriegt davon kaum etwas mit. Sie wird zwar heißer und kurzzeitig etwas instabil, aber das hält nicht lange an. Der nächste Gasrieser auf deinem Weg ist Saturn. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als hätte er eine Oberfläche. Die scheinbar gelb-bräunliche Sphäre ist von Wolkenschichten umgeben. Die berüchtigten Ringe des Saturns sind echt ein Hingucker. Sie erstrahlen in Grau, Beige und Braun. Und tatsächlich bestehen sie aus kleinen Ringelgrüppchen aus Eis, Steinen und Staub. Diese Trümmerteile können so groß wie Wolkenkratzer sein. Während sie den Saturn umkreisen, kollidieren sie miteinander und größere Trümmer zerspalten sich immer weiter. Du bist überrascht, dass die Ringe nicht perfekt rund sind. Durch die Anziehungskraft der Saturnmonde biegen sie sich teilweise. Bisher wurden 53 davon entdeckt. Titan, eine Eiswelt größer als unser Mond und sogar Merkur, ist der größte. Was du jetzt siehst, ähnelt dem, was du schon bei der Explosion vom Jupiter gesehen hast. Es gibt nur einen Unterschied. Die Ringe des Saturn brechen auseinander und schleudern Wrackteile in wahnsinniger Geschwindigkeit ins All. Große Trümmer stoßen dabei auf die Monde und rotten die kleinsten von ihnen völlig aus. Ein Gasstromspektakel entsteht vor deinen Augen, bestehend aus Wasserstoff, Helium, ein bisschen Methan, Ammoniak und Wasser. Die Ströme fliegen nur so vom Kern des Planeten weg oder dessen, was mal war. Danach kommt flüssige Materie. Das ist flüssiger Wasserstoff, der später metallisch wird und letztendlich der feste Kern aus Gesteinsmaterial. Nun blickst du auf die wundervoll blau-grüne Sphäre des Eisgiganten Uranus. Dieser Planet leuchtet so, weil das Sonnenlicht auf ihm reflektiert wird. Außerdem besteht er größtenteils aus Wasserstoff und Helium mit Spuren von Methangas, die das rote Licht absorbieren. Wie auch immer. Bumm! Dieses Mal kommen dir massive Eiskleckse entgegengeflogen. Diese entstammen dem Eismantel des Planeten, der ihn 1 zu 80 Prozent bedeckte. Aber warum sieht das Eis flüssig aus? Auf dem Uranus ist gefrorenes Wasser nicht fest wie auf unserer Erde. Das Eis ist dort eine heiße, dichte Flüssigkeit aus Wasser, Ammoniak-Eis und Methan. Der Planet wird deshalb oft Wasser-Ammoniak-Ozean genannt. Nach dem seltsamen Eisregen siehst du Gestein, das aus dem Planeten Kern stammt. Der war ganz klein, nicht mal halb so schwer wie die Erde. Einige der Uranusmonde werden durch die Explosion pulverisiert. Andere werden einfach aus dem Sonnensystem geschossen. Die Explosion wirkt sich auch ein bisschen auf Neptuns Umlaufbahn aus. Und der letzte Planet auf deiner Reise. Neptun sieht wegen seiner Schicht wirbelnder Gase und Wolken so blau aus. Gleich nicht mehr. Bumm! Der Planet hat keine feste Oberfläche. Deshalb siehst du, wie Neptuns flüssiger Mantel durch die Luft schleudert. Sieht aus wie ein mit Wasser gefüllter Ballon, der vom 50. Stock runtergeworfen wird. Wasserspritzer, Ammoniak und Methaneis gelangen so ins All. Lavaartige Überbleibsel aus dem Mantel des Planeten fliegen auch hinterher. Der war einst flüssig, ultraheiß und reich an Methan, Ammoniak und Wasser. Und das ist das, was von Neptuns festem Kern aus Eisen und anderen Metallen übrig geblieben ist. Ist das die Erde da hinten? Ja, genau! Sieh nur, wie sie durch das Weltall schwebt inmitten ihrer Planetenkumpels. Das ist der orange-rote Mars. Und Jupiter mit seinem Asteroidengürtel. Sogar der winzige Pluto ist da. All diese Planeten halten respektvoll Abstand voneinander und ziehen artig ihre Bahnen. Sie sind halt nicht zu gesellig. Aber das ist auch gut so. Es gäbe nur Ärger, wenn sie aneinander stießen. Und obwohl es andere gibt, ist die Erde die einzige, die Leben beherbergt. Wir wissen sogar warum. Wir haben das unendliche Glück, am besten Platz des Sonnensystems in der habitablen Zone zu sein. Wissenschaftler sagen, die Schlüsselzutat für Leben sei Wasser. Nun gut, auf dem Merkur gibt es auch Wasser. Der Planet hat Eiswasserdepots am Nord- und Südpol. Allerdings nur, weil diese Orte nie die Sonne sehen. Andernorts verdampft das Wasser von der Oberfläche. Der Merkur ist der Sonne viel zu nah. Pluto verfügt auch über Wasser. Astronomen gehen davon aus, dass Erd zu bis zu 30 Prozent aus Wasser besteht. Aber es ist gefroren. Im Gegensatz zu Merkur ist der Pluto viel zu weit von der Sonne entfernt. All sein Wasser ist Eis. Die Erde aber befindet sich an einer perfekten Stelle in der habitablen Zone. Die Temperatur passt genau, das Wasser flüssig bleibt und das Leben sprießen kann. Aber was wäre, wenn die Erde der einzige Planet im Sonnensystem wäre? Kein Mars, kein Jupiter, kein Merkur, keine Venus. Vielleicht wäre alles ganz anders, als wir es gewohnt sind. Erinnerst du dich an den mächtigen Asteroiden, der die Erde vor etwa 66 Millionen Jahren getroffen hat? Ja, dieser fiese Halunke. Tja, ohne Jupiter und seinen Asteroidengürtel würden wir viel häufiger von Asteroiden und Meteoriten heimgesucht werden. Und manche wären so groß wie der, der den Linosauriern den Tag vermisste. Diese Brocken würden durchs All schwirren, ohne dass sich jemand aufhält. Und wenn die Erde der einzige Planet da draußen wäre, wäre sie ihr einziges Ziel. Aber das ist längst nicht alles. Sehen nur, wie viel Platz die Erde auf einmal hätte. Der Planet könnte ein wenig umherwandern. Er könnte sich aus der habitablen Zone entfernen. Wäre das Leben auf dem Planeten dann noch dasselbe? Angenommen, die Erde driftete von der Sonne weg. Dann wäre es hier bald furchtbar kalt. Stell dir einen Ort vor, an dem die Sonne nicht mehr scheint. Kalt und dunkel. Das ganze Jahr lang Schnee und Eis bedeckt. Das wäre unsere Erde, ließe sie die Sonne hinter sich. Würde das passieren, sehen unsere Städte ganz anders aus. Heute strotzt die Erde vor Leben. Geh in den Park und du siehst Bäume und Gras. Menschen wandern herum, sitzen auf Bänken, genießen die Sonne. Ein paar spielen Fußball oder werfen einen Frisbee. Auf dem Rasen breiten Menschen ihre Decken aus und tanken Sonne. Ein paar Leute lesen Bücher, sie sind entspannt und glücklich. Zurück im Weltall sehen wir die Erde. Der Planet ist noch an seinem bevorzugten Platz. Daher ist das Leben hier unten so schön. Aber Moment. Sie bewegt sich. Unser Planet ist jetzt eindeutig weiter von der Sonne entfernt. Sieht es auf der Erde jetzt anders aus? Sie scheint mir blauer zu sein. Das goldene Kalifornien ist alles andere als golden. Es ist düster und dunkel. So wie auch alle anderen Orte der Erde. New York ist von Eis bedeckt. Sogar die heißesten Regionen wie die tropischen Bahamas leiden unter frostigen Temperaturen. Das flüssige Wasser verwandelt sich in Eis. Die Ozeane sehen wie gigantische Eisbahnen aus. Nur dass es keine Schlittschuhläufer gibt, da der Planet zu kalt für irgendeine Form von Leben geworden ist. Okay, und was wäre, wenn wir statt weiter weg ein bisschen näher an die Sonne heranziehen würden? Wären wir noch da? Verdammt ist das heiß hier. Das hält ja kein Mensch aus. Das Klima würde immer heißer und heißer werden. Es gäbe mehr Naturkatastrophen. Wirbelstürme und Flutwellen gehören zum Tagesgeschehen. Und schon bald wäre der Planet zu heiß für die Menschen. Partikel von der Sonne stellen eine ernste Gefahr da. Die Atmosphäre hätte Mühe, die Erde vor der Solarstrahlung zu beschützen. Unser Schutzschild würde immer schwächer werden. Es gäbe kein flüssiges Wasser mehr, höchstens noch in unterirdischen Lagerstätten. Die Erde seh ein wenig wie der Mars aus. Felsig und öd. Der Fluss Mississippi würde austrocknen und einen riesigen Canyon hinterlassen. Alle Ozeane verschwenden. Momentan ist der Marianengraben der tiefste Punkt der Erde. Aufgrund des unglaublichen Drucks da unten ist der Grund nur schwer zu erreichen. Doch ohne Wasser wären Reisen zum tiefsten Punkt der Erde möglich. Wir wären in der Lage, so manche Geheimnisse der Erde zu lüften. Das heißt, wenn es auf diesem trockenen, brüheißen Planeten noch Menschen gäbe. Anders ausgedrückt, würde irgendjemand die Erde erforschen, nachdem sie der Sonne auf den Pelz gerückt ist, würde alles komplett anders sein. Doch was, wenn die Erde bliebe, wo sie ist und alles beim Alten bliebe? Der einzige Unterschied, es gäbe keine Planeten mehr um uns herum. Die Menschheit würde anders mit dem Weltraum umgehen. Wir hätten sicher Satelliten für Navigation, Kommunikation und Wettervorhersagen. Vielleicht auch Weltraumteleskope. Aber es gäbe keinen Himmelskörper in der Nähe, zu denen wir Missionen entsenden könnten. Wenn wir kein Bedürfnis oder die Möglichkeit hätten, im All irgendwo anzukommen, würden wir uns mehr um unseren Heimatplaneten kümmern. Wir bauten Wolkenstädte, statt andere Planeten kolonisieren zu wollen. Wenn du heute durch ein hochmodernes Teleskop schaust, siehst du entfernte Sterne und andere Planeten. Je besser das Teleskop ist, desto mehr Details erkennst du. Aber wenn da keine Planeten wären, wäre der Anblick weniger spannend. Die Sterne wären noch da, vielleicht entdeckst du auch mal einen Meteoriten und du könntest den Mond sehen, aber das wär's auch schon. Weltraumorganisationen würden sich eher um die Sicherheit der Erde kümmern. Vor allem, weil Asteroiden uns weitaus häufiger heimsuchen würden. Um den Planeten zu schützen, müssten Wissenschaftler Wege finden, sie loszuwerden. Vielleicht ein gigantischer Laserstrahl, der das zum Mond und weiter strahlt? Statt Raketen zur Erforschung des Weltraums zu konstruieren, wären SpaceX und die NASA in der Asteroidenabwehr tätig. Die Menschen würden nicht mal versuchen, andere Zivilisationen zu kontaktieren. Gäbe es keine erdähnlichen Planeten, wäre das reine Zeitverschwendung. Es würde also keine permanenten Funksignale ins Weltall geben. Hast du übrigens gewusst, dass im Februar 2008 der Beatles-Song Across the Universe anlässlich des 40. Geburtstags des Liedes und des 50. Jahrestags der NASA ins Universum übertragen wurde? Auch in den 70ern wurden schon Funksignale ins Weltall gesendet. Sie beinhalteten Informationen über die Menschen und unser Sonnensystem. Aber es war mehr eine Demonstration der Leistungsfähigkeit der Technologie als ein Versuch, Außerirdische zu kontaktieren. Ohne Planeten um uns herum wäre das Science-Fiction-Genre ein ganz anderes. Es gäbe keine Filme über Reisen durchs Universum. Weder riesige Raumschiffe noch Raketen flackerten über die Kinoleinwände. Und da es keine Expeditionen zu anderen Planeten gäbe, schickten wir auch keine Erkundungsfahrzeuge auf die Suche nach Zeichen von Leben und neuen Welten, wie es der Marsrover aktuell tut. Die Menschen würden sich auf ihren eigenen Planeten konzentrieren und vielleicht sein Inneres erkunden. Neue Technologien könnten uns ermöglichen, viel tiefer zu graben. Doch die Erdkruste hindurch und noch tiefer. Wäre eine Reise zum Mittelpunkt der Erde nicht aufregend? Statt Astronauten gäbe es Untergrundentdecker. Vielleicht würden wir sie Erddecker nennen. Durch neue Bohrtechnik wäre der Grabprozess deutlich effektiver. Es gäbe neue Fahrzeuge. Sie würden sich durch den Untergrund bohren und die Forscher vor den enormen Druck da unten schützen. Bei der Erforschung der Welt unter der Oberfläche des Planeten würden die Menschen ganz neue Lebensformen finden. Mystische Kreaturen, die sich dazu entwickelt haben, in der Dunkelheit bei extremen Temperaturen und wenig Nahrung zu überleben. Auf jeden Fall würde es dem Menschen helfen, seinen Heimatplaneten besser zu verstehen. Jupiter glich einst einem flachen MNM-Süßigkeit und es war nicht der einzige flache Planet in unserem Sonnensystem. Es stellt sich heraus, dass während der Planetenbildung eine Menge schiefgehen kann. Wie etwa das Festsetzen an der Sonne oder das Weggeschleudertwerden im offenen Weltraum? Lasst es uns genauer betrachten. Die Erde ist nicht flach, aber Jupiter könnte es gewesen sein. Anstatt eine große runde Kugel zu sein, könnten Gasriesen in unserem System eher wie flache Pfannkuchen gestartet sein. Jupiter ist einer unserer ältesten Nachbarn. Er ist 4,6 Milliarden Jahre alt, genau wie unsere Sonne. Und als er noch ein Babyplanet war, bildete er sich wahrscheinlich durch einen Prozess, der als Scheibeninstabilität bekannt ist. Alles beginnt mit Sternen. Wenn ein Stern entsteht, sieht er nicht aus wie ein rundes Objekt. Es ist eher eine große Scheibe aus Material. In dieser Phase blasen sehr heiße Winde aus geladenen Teilchen heraus. Der Staub in dieser Scheibe enthält Elemente wie Kohlenstoff und Eisen. Einige davon kollidieren und kleben zusammen, wodurch größere. Objekte entstehen, Staub verwandelt sich in Kieselsteine, Kiesestähne werden zu Felsen und Felsen stoßen aufeinander und werden größer. Gas in der Scheibe hilft all diesen festen Stücken zusammenzukleben. Einige zerbrechen, aber andere bleiben bestehen. Und diese sind es, die die Grundbausteine von Planeten werden. Sie werden Planete Simale genannt. Sogar Gasriesen wie Jupiter haben als winzige Staubpartikel angefangen, die kleiner als ein menschliches Haar sind. Schließlich formten sie ihre eigenen großen, ringförmigen Gasscheiben. Sie begannen, um unsere Sonne zu kreisen und wuchsen, indem sie Gas und Felsen wie Schneebälle sammelten. Gasriesen sind etwas Besonderes. Sie entstanden aus den kühleren Teilen der Scheibe. In kalten Gebieten sind Moleküle langsamer, was das Einfangen erleichtert. An diesen Orten konnte Wasser gefrieren und kleine Eisteile kleben zusammen und vermischen sich mit Staub. Diese schmutzigen Schneebälle sammeln sich und bilden dann die Kerne von riesigen Planeten wie Jupiter, Saturn, Uranus und Neptun. In den wärmeren Gebieten näher am Stern beginnen felsige Planeten wie Merkur, Venus, Erde und Mars sich zu bilden. Nachdem die eisigen Riesen entstanden waren, blieb für diese kleineren Planeten nicht mehr viel Gas übrig. Es könnte 10 Millionen Jahre dauern, bis diese felsigen Planeten nach der Geburt des Sterns entstehen. Und auch unsere Sonne wuchs zur gleichen Zeit. Sie sog naheliegendes Gas auf und drängte weiter entfernte Materie noch weiter hinaus. Nach Milliarden von Jahren veränderte sich die Scheibe vollständig. Sie entwickelte sich zu einem runden Stern mit einer Reihe von Planeten, Zwergplaneten, Asteroiden, Monden, Meteoroiden und Kometen um ihn herum. Kürzlich zeigten Simulationen, dass diese Protoplaneten, wie diese frühen staubigen Kugeln genannt werden, nicht so aussehen wie die Planeten, die wir kennen. Im Fall von Gasriesen wie Jupiter sahen sie eher aus wie verformte Kugeln oder M&M's Süßigkeiten, nicht die Art mit Erdnüssen. Als die Sonne noch jung war, kühlte die Scheibe aus Gas und Staub, die sie umgab, ab und wurde instabil. Sie begann in große Brocken zu zerfallen. Diese Brocken stürzten dramatisch unter enormer Schwerkraft zusammen, um Jupiter zu erschaffen. Mit der Zeit wurde er zu einem runden Gasriesen. Es gibt viele Seltsamkeiten, die während des Prozesses der Planetenbildung auftreten können. Haben Sie sich jemals gefragt, warum Venus oder Uranus im Vergleich zu anderen Planeten in die entgegengesetzte Richtung rotieren? Normalerweise, wenn Dinge aus einer rotierenden Gasscheibe entstehen, neigen sie dazu, in dieselbe Richtung zu drehen. Zum Beispiel, wenn sie eine Reihe von Bällen an einer Schnur drehen, werden sie alle auf die gleiche Weise wirbeln. Also sollten theoretisch alle Planeten in dieselbe Richtung drehen. Aber es gibt viele schnell bewegende Objekte wie Kometen und Asteroiden in unserem Sonnensystem. Wenn sie auf Planeten prallen, besonders in deren frühen Tagen, könnte diese Kollision die Planeten dazu bringen, sich in die entgegengesetzte Richtung zu drehen. Venus und Uranus haben wahrscheinlich eine massive Kollision überstanden. Glücklicherweise wurden sie nicht ins Weltall abgestoßen. Die Gravitationskraft der Sonne und der nahegelegenen Planeten zog sie wieder an ihren Platz. Es gibt auch sogenannte gezeitenverriegelte Planeten. Dies sind Himmelskörper, die sich so drehen, dass eine Seite immer ihrer Sonne zugewandt ist, während die andere Seite in ewiger Dunkelheit verbleibt. Daher ist eine Seite immer sehr heiß, während die andere extrem kalt ist. Wenn wir auf einem solchen Planeten leben würden, könnten wir nur auf einer dünnen Linie dazwischen leben. Diese Planeten entstehen, wenn sie sich sehr nahe an ihrem Stern befinden. Die gravitativen Kräfte sind extrem stark und verlangsamen über die Zeit die Rotation des Planeten, bis sie mit der Zeit übereinstimmt, die er braucht, um den Stern zu umkreisen. Stellen sie sich vor, sie drehen sich auf ihrem Stuhl. Jemand kommt auf sie zu, hält ihren Stuhl mit seinen Händen fest und beginnt sich mit ihnen zu drehen. So werdet ihr euch immer gegenüberstehen. Gezeitenverriegelte Planeten funktionieren ungefähr so. Unser Mond ist gezeitenverriegelt mit unserer Erde, weshalb wir immer nur eine Seite davon sehen. Wir haben mehr als 5000 Planeten außerhalb unseres Sonnensystems entdeckt, die als Exoplaneten bezeichnet werden. Einige von ihnen haben sehr seltsame Umlaufbahnen, zum Beispiel Planeten mit unglaublich langen Umlaufbahnen, tausende von Jahren, um einmal um den Stern zu kreisen. Oder sehr schräge, kometenähnliche Umlaufbahnen. Oder sogenannte heiße Jupiter. Sie sind super nah an ihrem Stern, viel näher als Merkur zu unserer Sonne. Aber diese Planeten konnten sich nicht dort gebildet haben, wo sie jetzt sind. Mit der Entwicklung ihres Sonnensystems haben sie aus irgendeinem Grund ihre Positionen verändert. Dieses Umstellen wird als planetare Migration bezeichnet. Es gibt drei Hauptwege, wie diese Migration stattfindet. Erstens, aufgrund des Gases und Staubes, der um den Planeten herumwirbelt. Wenn ein Planet mit diesem Material kollidiert, kann er Spiralformationen im Gas erzeugen. Diese Muster können den Planeten näher an das Zentrum drängen oder weiter weg, abhängig davon, wie sie sich vermischen. Es wird als gasgetriebene Migration bezeichnet. Dies ist das, was Jupiter erlebte, als er sich vor Milliarden von Jahren näher an die Sonne bewegte. Dies erklärt auch die Existenz von heißen Jupitern. Zweitens können große Planeten die kleineren Weg schieben und deren Bahnen verändern. Drittens kann die Gravitation des Sterns an dem Planeten ziehen und seine Umlaufbahn kreisförmiger machen. Haben Sie schon einmal von Schurkenplaneten gehört? Stellen Sie sich einen einsamen Planeten vor, der in der Weite des Weltraums schwebt, ohne einen Stern, den er sein Zuhause nennen könnte. Sie sind wie die wandernden Nomaden unserer Galaxie, dazu verdammt ewig umherzutreiben. Und es gibt so viele von ihnen. Es könnte mehr freischwebende Planeten geben als solche, die an Sterne gebunden sind. Wir sprechen von Billionen von Schurkenplaneten, die allein in unserer Milchstraßengalaxie herumhängen. Sie sind oft so massiv wie unser größter Planet, Jupiter. Aber die meisten von ihnen könnten erdgroß sein. Einige könnten sogar dicke Atmosphären besitzen, die sie warm halten, obwohl sie weit von jedem Stern entfernt sind. Einige von ihnen könnten wilde Polarlichter haben, während andere Monde mit flüssigem Wasser beherbergen könnten. Ein potenzieller Zufluchtsort für das Leben. Es besteht sogar die Möglichkeit, dass sie außerirdisches Leben beherbergen könnten. Diese Planeten könnten auf ihrem Weg durch den Weltraum mit anderen Sternen oder sogar ganzen Planetensystemen zusammenstoßen. Manchmal könnten sie für eine Weile im Gravitationsfeld eines Sterns gefangen sein, bevor sie wieder ins All geschleudert werden. Aber wie entstehen sie? Manchmal, während dieses chaotischen Prozesses der Planetenbildung, können nicht alle Planeten in der Nähe ihrer Muttersterne bleiben. Einige von ihnen werden aufgrund starker gravitativer Wechselwirkungen mit anderen Planeten oder vorbeiziehenden Sternen aus ihrem Sonnensystem hinausgeworfen. Diese ausgestoßenen Planeten werden zu vagabunden Planeten. Im Jahr 2012 entdeckten Astronomen ein Sonnensystem aus der allerersten Zeit des Universums. Dieses System beinhaltete einen Stern und zwei Planeten. Wir nannten es ein Fossilien-System. Der Stern ist super alt, ungefähr 13 Milliarden Jahre, fast so alt wie unser gesamtes Universum. Es bestand hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Das ist ungewöhnlich, weil Planeten normalerweise aus Gaswolken entstehen, die schwerere Elemente enthalten. Das war der Moment, in dem wir erkannten, dass die Art und Weise, wie Planeten früher entstanden, sich von der Art und Weise unterscheidet, wie sie heute entstehen. Wir wissen, dass Sterne mit mehr Metallen eher dazu neigen, Planeten zu haben. Im astronomischen Jargon bedeutet Metalle jedes chemische Element außer Wasserstoff und Helium. Aber im frühen Universum gab es nicht viele Metalle. Die meisten davon wurden in Sternen erzeugt und dann in den Weltraum verteilt, als diese Sterne explodierten. Also, wann bildeten sich die allerersten Planeten? Dieses neu entdeckte System hilft, diese Fragen zu beantworten. Seine zwei riesigen Planeten kreisen um einen Stern, der unglaublich arm an Metallen und extrem alt ist. Dies sollte eigentlich sehr selten sein, wenn nicht gar unmöglich. Aber sie existieren. Das bedeutet, dass es vielleicht mehr Planeten in metallarmen Systemen gibt, als wir dachten. Ihre Erforschung wird uns helfen, mehr über die Geschichte der Planetenbildung zu erfahren. Haben Sie jemals darüber nachgedacht, dass die Erde selbst ein intelligentes, nun ja, kein Lebewesen ist, sondern vielleicht ein Wesen? Als hätte sie einen eigenen Verstand und einen eigenen Überlebensinstinkt. Wenn man das so sagt, hört es sich an, als würden Sie gleich einen Fantasiefilm sehen, in dem der Planet, auf dem wir unser tägliches Leben verbringen, plötzlich aufwacht und merkt, dass er uns doch nicht so sehr mag und einfach durchdreht. Hoffentlich nicht. Aber wir sprechen nicht wirklich über solche Szenarien, eher über die Vorstellung, dass die kollektive Aktivität des Lebens, wie Mikroben und Pflanzen, einen Planeten verändern und ihm ein Eigenleben geben kann. Es ist, als ob der Planet einen grünen Verstand hätte. Die Metapher von der Erde als einem lebendiger Planet macht Sinn. Lebewesen auf der ganzen Welt krabbeln, schwimmen, laufen und fliegen durch die obersten Schichten unseres Landes, der Ozeane und des Himmels. Pflanzen bedecken einen großen Teil unserer Welt und es gibt Viren und Bakterien im Wasser, im Boden und sogar in der Atmosphäre. Stellen Sie sich nun alle Lebewesen auf der Erde, wie Pflanzen, Tiere und Mikroben, als ein riesiges Team vor, das zusammenarbeitet. Sie haben unterschiedliche Aufgaben, aber sie alle tragen dazu bei, dass der Planet ein besserer Ort zum Leben ist. Pflanzen produzieren zum Beispiel den Sauerstoff, den wir atmen, und Tiere helfen bei der Bestäubung von Blumen. Zusammen bilden sie die Biosphäre, die so etwas wie das Lebensteam der Erde ist. Das ist der Punkt, an dem die Idee der planetarischen Intelligenz ins Spiel. Genauso wie Einzelpersonen und Gruppen intelligent sein können, kann dies auch ein ganzer Planet sein. Die Forscher glauben, dass wir die Intelligenz des Planeten an seiner Fähigkeit messen, sich selbst ewig am Leben zu erhalten. Und so, wie die Menschen zusammenarbeiten müssen, um zu überleben, wird die kollektive Intelligenz eines Planeten an der Fähigkeit aller Lebewesen auf ihm gemessen, gemeinsam auf dasselbe Ziel hinzuarbeiten. Es ist, als wäre der Planet ein komplexes System, das weiß, wie es auf sich selbst aufpassen muss. Wie Wälder. Sie können Nährstoffe durch ihre geheimen unterirdischen Netzwerke von Pilzen austauschen. Das hilft allen Bäumen, gesund zu bleiben. Wir können offensichtlich eine Menge von den Wäldern lernen. Wenn wir uns im Fantasy-Universum auf die Suche nach intelligenten, bewussten Planeten begeben würden, würden wir uns definitiv für Mogo aus Green Lantern wählen. Es handelt sich um ein bestimmtes Planetengebilde, das Dinge wie Wetterwechsel, Schwerkraft, Pflanzenwachstum oder andere Oberflächenbedingungen beeinflussen kann. Oder wie wäre es mit dem atemberaubenden Pandora aus Avatar? Erinnern Sie sich an die faszinierenden Szenen der Flora und Fauna dort mit Organen, die an Tentakel erinnern? Sie ermöglichen es, den Lebewesen, sich auf neuronaler Ebene miteinander zu vernetzen. Es ist, als wäre der gesamte Planet wie ein riesiges Gehirn mit vielen kleineren Bäumen, Kreaturen und anderen Teilen als Zellen. Davon sind wir noch weit entfernt, aber es ist trotzdem schön, sich das vorzustellen. Im Moment befindet sich unsere Zivilisation in einem Stadium, das Wissenschaftler als unreife Technosphäre bezeichnen. Das bedeutet, dass wir uns immer noch zu sehr auf den Einsatz von Technologien konzentrieren, die nicht immer gut für unseren Planeten sind. Wir verfügen nicht über eine planetarische Intelligenz oder ein kollektives Verständnis dafür, was getan werden muss, um unseren Planeten besser zu machen. Stattdessen machen wir alle nur unser eigenes Ding. Ich meine, wir befinden uns nicht im schlimmsten Stadium. Forscher haben vier Stadien der Vergangenheit und Zukunft der Erde entwickelt, um zu erklären, wie die planetarische Intelligenz die langfristige Zukunft der Menschheit beeinflussen könnte. Das erste Stadium nennen wir die unreife Biosphäre. In diesem Stadium begann das Leben auf der Erde vor Milliarden von Jahren. Es gab nur Mikroben auf dem kahlen Land ohne jegliche Vegetation. Es gab keine globalen Rückkopplungen, was bedeutet, dass diese Mikroben die Erde, ihre Atmosphäre oder andere Systeme noch nicht beeinflussen konnten. Die zweite Stufe ist die reife Biosphäre vor 2,5 Milliarden bis 540 Millionen Jahren, als sich stabile Kontinente bildeten und die Biosphäre begann, einen starken Einfluss auf die Erde zu haben. Die dritte Stufe, bekannt als unausgereifte Technosphäre, ist die, in der wir uns jetzt befinden mit vernetzten Systemen der Kommunikation, Technologie, des Transports, der Elektrizität und der Computer, die Ressourcen aus den Systemen der Erde beziehen und die Biosphäre beeinflussen. Die vierte Stufe, die auch als reife Technosphäre bezeichnet wird, ist der Zustand, den die Erde in Zukunft anstreben sollte. Dies bedeutet, dass die Technologie dem gesamten Planeten zugutekommen wird. Wir werden nachhaltige Energieformen wie Solarenergie nutzen. Planetare Intelligenz ist das Zeichen für einen reifen Planeten und die Forscher versuchen herauszufinden, wie wir uns in diese Richtung bewegen können. Was wir auf individueller Ebene tun, ist also von Bedeutung. Die kollektive Aktivität von Leben, wie Mikroben oder Pflanzen, kann einen Planeten verändern und ihn zu mehr als nur einem leblosen Felsen im All machen. Durch die Biosphäre hat unser Heimatplanet vor Milliarden von Jahren herausgefunden, wie er selbst Leben beherbergen kann. Und er tut es immer noch. Jetzt müssen wir herausfinden, wie wir ein ähnliches, sich selbst erhaltendes System schaffen können. Aber dieses Mal mit der Technosphäre. Es ist schwer vorstellbar, dass Planeten generell empfindungsfähig werden könnten wie Pandora oder eine andere imaginäre bewusste Welt da draußen. Dafür gibt es ein paar Gründe. Erstens, Megafauna bilden sich Planeten, weil sich verschiedene Materialien wie Gestein, Gase und Flüssigkeiten um einen neuen Stern sammeln. Es ist wie bei einem großen Familientreffen, bei dem jeder verschiedene Zutaten mitbringt, um ein köstliches Gericht zuzubereiten. Und so wie sich diese Zutaten nicht plötzlich in ein Lebewesen verwandeln, werden sich auch die Materialien, aus denen ein Planet besteht, nicht einfach in selbstbewusste Lebewesen verwandeln. Auf der Erde begannen einige Moleküle nach Milliarden von Jahren komplexer chemischer Reaktionen, sich selbst zu replizieren und Informationen zu tragen. So begann das Leben auf unserem Planeten. Und die Erde ist das einzige Beispiel, das wir haben. Hier ist der zweite Grund, Braindrain. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen großen Garten, in dem Sie eine Menge Pilze oder Bakterien anpflanzen, in der Hoffnung, dass Sie sehr intelligent werden und Ihnen bei der Pflege des Gartens helfen. Aber Pilze und Bakterien haben keine Gehirne wie wir. Es ist nicht so, dass Sie es überhaupt brauchen. Ein großes Gehirn zu haben, ist auch für Tiere sehr kostspielig. Es braucht eine Menge Energie, um es am Laufen zu halten. Deshalb werden Tiere nur so klug, wie sie es sein müssen, um in ihrer Umgebung zu überleben und zu gedeihen. Hunde und Katzen sind ziemlich klug, weil sie in der Lage sein müssen, Gefahren zu vermeiden und Nahrung zu finden. Für Dinge wie den Bau von Häusern, das Schaffen von Kunst oder die Erfindung neuer Technologien brauchen sie keine menschliche Intelligenz. Es wäre also schwierig, alle Lebewesen und Pflanzen auf das gleiche Intelligenzniveau zu bringen. Der dritte Wettbewerbsgrund, warum es für einen Planeten schwierig wäre, empfindungsfähig zu werden, ist die Hauptregel des Tierreichs. Im Leben geht es nur um das Überleben des Stärkeren. Jedes Lebewesen konkurriert um Ressourcen wie Wasser, Nahrung und Raum. Aber nicht nur verschiedene Arten konkurrieren miteinander, sondern auch Individuen innerhalb derselben Art. Denken Sie nur daran, wie Krabben am Strand um ihr Revier kämpfen oder wie Wolfsrudel um ihre Beute kämpfen oder ich, wenn ich an einem überfüllten Strand einen leeren Platz sehe. Diese Art von Wettbewerb ist keine gute Grundlage für eine globale Zusammenarbeit. Kollektives Bewusstsein. Es gibt ein paar Ausnahmen von dieser Regel, zum Beispiel Ameisen. Sie sind vielleicht nicht die klügsten Kreaturen auf dem Planeten, aber wenn sie sich in Kolonien zusammenschließen, können sie Erstaunliches leisten, wie das Sammeln von Nahrung, die viel größer ist als sie selbst, den Bau von Nestern, die Aufzucht von Jungen und sogar Landwirtschaft. Sie verhalten sich tatsächlich wie ein Superorganismus, der als Bienenstock bezeichnet wird und in dem jede Ameise auf ein gemeinsames Ziel hinarbeitet. Insekten wie Bienen und Ameisen sind sehr altruistisch und arbeiten zusammen, um die Fortpflanzung ihrer Königin sicherzustellen. Wenn eine große Ameisenkolonie unseren ganzen Planeten übernehmen würde, könnte sie wie ein einziger Geist handeln und sich für die Interessen der Kolonie und des Planeten einsetzen, bis ihr die Ressourcen ausgehen. Aber in der Realität ist es schwer vorstellbar, dass irgendein Organismus, selbst ein Superorganismus, ein solches Maß an Selbstbewusstsein und Bewusstheit erreichen könnte. Nummer 5. In Kontakt bleiben. Wie können wir in Kontakt bleiben? Ameisen kommunizieren mit Pheromonen, Menschen mit Nerven. Beide Methoden funktionieren gut für kleine Organismen, aber wenn es um ein riesiges Wesen von der Größe eines Planeten geht, wäre es schwierig, eine solche Kommunikation schnell und effizient zu gestalten. Die Kommunikation innerhalb einer planetengroßen Entität wäre also viel langsamer als das, was wir zu Hause haben, wie unsere Computer oder Smartphones. Naja, wir werden einfach weiter von Pandora träumen. Haben Sie sich jemals gefragt, wie es wäre, wenn jeder Planet in unserem Sonnensystem so groß wie die Erde wäre? Nun, es ist an der Zeit, in dieses verblüffende Szenario einzutauchen. Stellen wir uns einmal vor, wie die einzelnen Planeten aussehen würden, wenn sie so groß wären wie unser geliebter blauer Planet. Würde die karge, rote Landschaft des Mars plötzlich zu einer üppigen, grünen Oase werden? Würde der riesige, wirbelnde Gasriese Jupiter einfach verschwinden? Und wie würde sich das auf unser Sonnensystem als Ganzes auswirken? Wären wir alle dem Untergang geweiht? Schnallen Sie sich an und lassen Sie es uns herausfinden. Der erste Planet auf unserer Liste ist Merkur, der kleinste Planet in unserem Sonnensystem. Aber jetzt vergessen Sie mal den mondähnlichen Merkur. Stellen Sie sich ich stattdessen vor, Sie befinden sich auf der Oberfläche eines superdynamischen, glühenden Infernos. Um Sie herum gibt es eine Menge Krater und aktive Vulkane. Und direkt vor Ihnen steht eine riesige, blendend helle Sonne. Was für ein Albtraum. Aber lassen Sie uns diese Veränderungen aufschlüsseln. Nun, mit der Größe des Merkurs würden sowohl seine Masse als auch seine Schwerkraft zunehmen. In diesem Fall wäre es möglich, dass Merkur mehr Atmosphäre hat. Die Temperaturen auf Merkur sind extrem. Nicht nur, weil er der Sonne sehr nahe ist, sondern auch wegen seiner sehr dünnen Atmosphäre. So erreichen die Temperaturen dort tagsüber bis zu 800 Grad Fahrenheit. Und nachts wird es erschreckend kalt, bis zu minus 290 Grad Fahrenheit. Aber jetzt, wo die Schwerkraft stärker ist, könnte Merkur eine dichtere Atmosphäre haben. So würde sich die Wärme besser über den Planeten verteilen. Und die Atmosphäre ist nicht das Einzige, was ihn heißer machen könnte. Wenn Merkur größer wird, würde sich sein Inneres aufgrund der Gravitationskompression wahrscheinlich stärker aufheizen. Und hypothetisch gesehen könnte seine tektonische Aktivität zunehmen. Mit anderen Worten, mehr interessante Landschaften, mehr Berge und mehr beängstigend aktive Vulkane. Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Merkur in Venus 2.0 verwandelt. Für uns wären all diese Veränderungen nicht sehr angenehm. Jetzt würde es viel schwieriger werden, unsere Raumschiffe dorthin zu schicken. Es ist also besser, wenn der Merkur so bleibt, wie er ist. Klein, ruhig und langweilig. Im Grunde genommen das komplette Gegenteil unseres nächsten Planeten. Der Venus. Die Venus wird oft als Morgenstern bezeichnet, weil sie so hell und sichtbar am Himmel steht. Aber lassen Sie sich von ihrer Schönheit nicht täuschen. Dieser Planet ist einer der unwirtlichsten Orte in unserem Sonnensystem. Seine Oberfläche ist heißer als eine frisch gebackene Pizza, etwa 900 Grad Fahrenheit. Und er ist mit dicken Schwefelsäurewolken bedeckt, die jeden Menschen auflösen würden, der ihn besuchen wollte. Sie werden also leider in nächster Zeit keine Reise dorthin planen. Wenden wir uns also einem Planeten zu, der im Gegensatz zur Venus möglicherweise eine neue Heimat für uns werden könnte. Der Mars. Stellen Sie sich vor, Sie stehen auf der Mars-Oberfläche, beobachten den blauen Sonnenuntergang und atmen eine erfrischende Brise Luft ein. Ja, Sie haben richtig gelesen. Luft. Außerdem könnten Sie von Pflanzen und Tieren umgeben sein und sich im Grunde wie auf der Erde fühlen. Aber wie ist das möglich? Ein größerer Mars hätte ein stärkeres Magnetfeld und eine höhere Schwerkraft. Dies würde zu einer reichhaltigeren und dichteren Atmosphäre führen. Sie würde wahrscheinlich eine größere Bandbreite an Gasen enthalten, darunter auch Sauerstoff. Wäre das nicht cool? Außerdem könnte eine dichtere Atmosphäre die Wärme auf dem Planeten verteilen. Der Mars könnte also viel wärmer und gemütlicher werden. Und hier kommt die wichtigste Veränderung. Flüssiges Wasser. Der Mars verfügt über gefrorenes Wasser an seinen Polen und in unterirdischen Reservoirs. Aber mit einer stärkeren Anziehungskraft könnte er möglicherweise flüssiges Wasser auf seiner Oberfläche stabilisieren. Hurra! Aber es geht nicht nur um Spaß und Spiel. Der neue Mars hätte auch einen vulkanischen Charakter. Er ist bereits geologisch aktiv, aber jetzt würden seine innere Hitze und sein Druck in die Höhe schnellen. Das bedeutet häufigere und verrücktere Vulkanausbrüche. Stellen Sie sich vor, wie aufregend es wäre, solche Ausbrüche auf einem anderen Planeten zu erleben, wenn man es schafft, den Folgen zu entkommen. Im Allgemeinen könnte der Planet grüner und üppiger werden, aber nicht sicherer. Aber es wäre trotzdem schön, das zu sehen. Aber es ist an der Zeit, zu den Giganten unseres Sonnensystems überzugehen. Und wenn wir die Planeten schon vorher vergrößert haben, dann ist es jetzt an der Zeit, sie wirklich, wirklich stark zu quetschen. Wenn der Jupiter elfmal kleiner würde, oh Mann, was für eine Katastrophe wäre das. Das Erste, was wir bemerken würden, wäre eine Veränderung der Schwerkraft. Und ich sage, wir würden es merken, weil wir jetzt keine andere Wahl hätten, als uns irgendwo hin zu bewegen. Auf dem Jupiter kommt es pro Jahr zu 30 bis 100 Zusammenstößen mit großen Asteroiden. Und das alles nur wegen seiner starken Schwerkraft, die sie alle anzieht und uns schützt. Aber jetzt hat sich unser großer schützender Bruder in ein kleines Baby verwandelt. Sag Hallo zu einem Haufen Asteroiden. Oh. Und sagen sie dem Jupiter Tschüss. Dieser Planet ist für seine dicke, wirbelnde Atmosphäre bekannt. Aber mit einer schwächeren Anziehungskraft würde es Jupiter wahrscheinlich schwer fallen, sie zu bewahren. Im Laufe der Zeit würde er also langsam ins All entweichen und eine dünne Atmosphäre zurücklassen, die hauptsächlich aus Stickstoff und Sauerstoff besteht. Wir werden uns auch von der ikonischen Erscheinung eines anderen Riesen verabschieden müssen. Saturn. Der auffälligste Unterschied wäre das Verschwinden seiner berühmten Ringe. Die Ringe, die aus kleinen Eis- und Gesteinspartikeln bestehen, sind ein einzigartiges Merkmal des Saturns. Aber mit der Schwerkraft der Erde würden sie entweder auf den Planeten fallen oder sich im Weltraum verstreuen. Schade. Auch Saturn ist ein Gasriese, genau wie Jupiter. Seine Atmosphäre besteht hauptsächlich aus Wasserstoff und Helium. Wäre er jedoch so groß wie die Erde, würden seine Gase aufgrund der erhöhten Schwerkraft komprimiert werden. Dadurch würde er viel dichter werden. Das bedeutet, dass sich die Gesamtgröße und Form des Saturn verändern würde. Theoretisch könnte der Saturn, wenn wir ihn stark zusammendrücken, zu einem braunen Zwerg werden. Das ist eine Art gescheiterter Stern, dem die Masse für eine Kernfusion fehlt, der aber Wärme und Licht abgibt. Saturn könnte also ganz aufhören, ein Planet zu sein. Auch das Wetter auf der Erde hätte sich wahrscheinlich verändert. All seine verrückten Stürme, wie der berühmte sechseckige Sturm an seinem Nordpol, wären schwächer und ruhiger geworden. Der nächste Riese ist Uranus. Versuchen wir, diesen armen Kerl zu komprimieren. Zunächst einmal wäre die Schwerkraft auf der Oberfläche des Uranus viel schwächer als jetzt. Auch seine Atmosphäre könnte sich verändern. Wenn der Uranus kleiner wäre, könnte er eine dünnere Atmosphäre und ganz andere Gase haben. Dieser Planet ist mit einer Durchschnittstemperatur von minus 353 Grad Fahrenheit ziemlich kühl. Aber wenn er so groß wie die Erde wäre, könnte er sich aufgrund seines geringeren Volumens im Verhältnis zur Oberfläche sogar etwas erwärmen. Aber freuen Sie sich nicht zu sehr. Es wäre immer noch viel kälter als an den kältesten Stellen der Erde. Wie Sie sehen, machen Gasriesen diese Schrumpfung nicht so leicht mit. Außer vielleicht bei einem von ihnen. Überraschenderweise würde der kleine Neptun viel freundlicher werden. Zunächst einmal wäre er wahrscheinlich ein felsiger Planet mit einer winzigen Atmosphäre. Das heißt, kein Gasriese mehr, sondern ein Planet, auf dem Menschen und Tiere leichter leben und sich bewegen können. Apropos Bewegung. Aufgrund der geringeren Größe wäre die Schwerkraft auf dem neuen Neptun fast so groß wie die der Erde. Was das Laufen und Springen sehr viel einfacher machen würde. Kein Wegschweben ins All mehr. Die Atmosphäre des ursprünglichen Neptun ist so dicht, dass man kaum die Hand vor dem Gesicht sehen kann. Und der Oberflächendruck ist etwa 100 Mal so hoch wie der der Erdatmosphäre. Aber unser neuer Neptun wäre ganz anders. Mit einer viel dünneren und weniger dichten Atmosphäre. Er würde immer noch etwas Methan, Wasser und Ammoniak enthalten. Aber bei weitem nicht mehr so viel wie früher. Zum Schluss noch die Temperatur. Der aktuelle Neptun ist eiskalt mit einer Durchschnittstemperatur von etwa minus 370 Grad Fahrenheit. Aber wenn er die gleiche Größe wie die Erde hätte, wäre er wahrscheinlich viel wärmer. Genau wie Uranus. Ah, so ist es schon besser. Was für ein Planet wäre das? Das war's mit den Veränderungen bei den Planeten. Aber was würde mit dem gesamten Sonnensystem passieren, wenn wir alle Planeten so klein machen würden? Das ist schwer vorherzusagen, aber es ist klar, dass sich ihre Schwerkraft und ihre Umlaufbahnen stark verändern könnten. Es ist unwahrscheinlich, dass einer von ihnen in den Weltraum geflogen oder mit einem anderen zusammengestoßen wäre oder ähnliches. Aber viele ihrer Umlaufbahnen würden wahrscheinlich ziemlich instabil werden. Und die Zahl der Kollisionen mit Asteroiden hätte erheblich zugenommen. Natürlich ist das alles reine Spekulation. Es ist nicht so, dass wir das alles tatsächlich testen können. Aber es ist trotzdem ein ziemlich interessantes Gedankenexperiment. Und es macht einem bewusst, wie einzigartig und besonders unser Sonnensystem ist.